Shredder! Oh Mann, wie vom Regen in die Traufe. Seht ihr? Das war's, Shredder. Das endet hier. Wenn wir mit dir fertig sind, kannst du deine Rüstung mit einem Dosenöffner ablegen. Ihr verfluchten Mutanten glaubt, ihr habt noch eine Chance. Ihr seid noch dümmere, als ich dachte. Ha, das hör ich immer wieder. Moment, wie bitte? Versuch nicht von der Plattform zu fallen, Mikey. Heute Abend gibt es Schildkröten-Soppe. Wer hat das Licht ausgemacht? Oh, los geht's! Ich bringe zu Ende, was ich vor so vielen Jahren begonnen habe. Oh, so schwindelig. Wer hat das Licht ausgemacht? Fangen wir nochmal von vorne an. Oh, das ewige Dämmen in den Scheid. Oh, Mikey ist K.O. gegangen. Ihr müsst das jetzt zu dritt durchziehen. Was ist K.O. gegangen? Du bist unser letzter Hoffnung. Das war's nicht im Stich. Wer braucht Feinde, wenn er solche Freunde hat, was? Los geht's! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Warum dreht sich denn alles? Oh, das Elendämmen entfällt. Oh, mein Schädel. Alles klingelt. Oh, so schwindelig. Wer hat das Licht ausgemacht? Dorf geht's. Dorf geht's. Ich werde das immer machen. Dorf geht's. Oh, Mann. Hirnversagen. Übersehend, der Menschheit. Fangen wir nochmal von vorne an. Hier geht's gut. Ich schaff das alleine. Oh, Meiji ist K.O. gegangen. Ihr müsst das jetzt zu dritt durchziehen. Ich werde euch zerquetschen. Ich werde euch zerquetschen. Ich fühle mich nicht so gut. Wer hat das Licht ausgemacht? Donnie ist K.O. gegangen. Ihr seid nur noch zu zweit. Das sieht nicht gut aus. Das ist nicht die Zeit für blöde Witze, Leute. Das ist dann wohl gerade passiert. Okay. Das ist dann wohl gerade passiert. Oh, mein Schädel. Alles klingelt. Los geht's! Oh, mein Schädel. Alles klingelt. Zu leid. Oh, hey! Oh, mein Schädel. Jungs, etwas Hilfe. Reiß dich am Riemen. Oh, geht's.